Es ist mal wieder Zeit für eine Folge, eure Free2Play Vorschläge und heute habe ich S-Zone Online dabei, ein Spiel, was mich sehr stark an DayZ oder auch Stalker erinnert. Moin moin Leute, mein Name ist Reeve Faser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eure Free2Play Vorschläge. Ihr wisst, Videos, in denen ich mir Spiele kurz anschaue, die ihr mir vorschlagt, meine Meinung dazu gebe und wie ihr mir Spiele vorschlagen könnt, erkläre ich wie gewohnt am Ende des Videos. Heute, wie schon gesagt, S-Zone Online, ein Spiel, welches auf Steam erhältlich ist. Den Link dazu findet ihr wie gewohnt unten in der Videobeschreibung und das Spiel ist mir vorgeschlagen worden von den Gameville HD, auch seinen Link werdet ihr in der Videobeschreibung finden, denn er hat einen eigenen YouTube-Channel und er hat mir geschrieben, das Spiel hat ein Setting wie DayZ, ist aber ein MMORPG. Es hat eine mäßige Grafik und ist am 29.12.2014 herausgekommen. Erst einmal vielen Dank Gameville HD für den Vorschlag, denn ohne eure Vorschläge können diese Videos ja nicht funktionieren. Und ja, ich habe mir S-Zone Online auf Steam runtergeladen, habe es mir jetzt ein bisschen angeschaut und denke, ich kann jetzt so meinen ersten Eindruck dazu auf jeden Fall euch mitteilen. Also S-Zone Online ist etwas, was ähnlich wie Sorvarium, diejenigen von euch, die es kennen, aus einem abgespalteten Teil von den damaligen Entwicklern von Stalkern entstanden ist. Stalker war und ist immer noch ein First-Person-Shooter, der, ich glaube Anfang 2000 sogar schon, für den PC rausgekommen ist, wo ihr einfach in Tschernobyl reingesetzt wurdet und es ging da tatsächlich um Scavengen, das heißt um Sachen rauszuholen, um Überleben und natürlich Radioaktivität spielt so eine Rolle, somit gibt es ja auch vielleicht das eine oder andere etwas, was nicht ganz normal ist und es war ein ziemlich cooles Spiel. Es hat nie nur wirklich einen offiziellen Nachfolger gehabt. Daraus sind tatsächlich Sorvarium zu meinen entstanden, was ja, was ich bereits vorgestellt habe und was ihr bei mir auf dem Channel auch findet und S-Zone Online auch. Beide Spiele gehen in eine komplett andere Richtung. Während Sorvarium sich mehr auf den Shooter-Bereich konzentriert, ist S-Zone Online auf den MMORPG-Bereiche gegangen. Das bedeutet, ihr kommt in einer postapokalyptischen Welt, ihr seid aber in Tschernobyl bzw. in diesem Bereich, wo die radioaktive Strahlung so stark ist und dort geht es darum, dass es zum einen eine Fraktion gibt, das sind die Leute, die dort geboren und aufgewachsen sind und dann gibt es die andere Fraktion, das sind Leute, die von außen dort halt reinkommen. Ich habe mich halt für die Fraktion entschieden, wo ich von außen reinkomme. Charaktererstellung ist Basic. Also Basic ist sogar schon fast zu viel gesagt, die ist relativ schwach, das muss ich tatsächlich sagen, aber so wie es aussieht, wird mit der Zeit, mit Sachen, die man findet, auch das Aussehen des Charakters ein bisschen mehr beeinflusst und das ist auch gut. Im Großen und Ganzen, es sieht wirklich nicht gut aus. Also es sieht okay aus. Ich denke, das ist aber auf jeden Fall ein Vorteil für Leute, die eben einen etwas schwacheren Rechner haben. Das Spiel hat einen ziemlich interessanten Ansatz, denn ich finde, es ist so ein Oldschool-MMORPG. So kann man das am besten irgendwie darstellen, denn es gibt so gut wie keine Sprachausgabe, wobei ich meine, also mit Sprachausgabe meine ich auch Geräusche von den Leuten, also so wirklich was von sich geben, tun sie nicht. Es ist unglaublich viel Text. Das User-Interface ist gewöhnungsbedürftig. Also ich finde es nicht schön, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, diese Texte durchzulesen, machen die Quests auch Sinn. Es ist schon recht interessant, was die Leute dir mitteilen. Und man startet dort halt und hat keinen Plan, was so die Sache ist. Muss die erste Waffe besorgen. Man muss mit der Munition sehr, sehr gut aushalten können, denn ich habe sehr schnell keine Munition mehr gehabt und bin deswegen auch ziemlich schnell gestorben. Es ist aber kein Permadeath, das heißt, man steht wieder auf und man hat seine Sachen noch, man respawnt wie typisch halt in einem MMORPG und man hat halt diese total heruntergekommene Tschernobyl-Landschaft, sage ich mal. Im Großen und Ganzen, es ist ein interessantes Spiel, was mich tatsächlich aber nicht länger fesseln würde. Zum einen, ich finde das Movement ist, man merkt einfach, dass dieses Spiel halt entweder mit sehr wenig Budget oder schon sehr lange entwickelt worden ist und es ist auf keinen Fall auf dem Stand von einem DayZ oder H1Z1 oder auch mit irgendeinem MMORPG, den man heutzutage halt sich angucken kann, auch als Free-to-Play-MMORPG. Aber es hat einen gewissen Charme. Also ich finde den Ansatz sehr cool. Das Crafting ist dort eine große Sache, dass man Sachen halt auseinanderbaut und daraus neue Sachen zusammenbaut. Es ist halt eher ein MMORPG-Survival-Game. Ich glaube, das kann man besser sagen. Wobei, ist ein DayZ nicht eigentlich auch ein MMORPG? Das Permadeath ist halt etwas, was es halt ein bisschen anders macht. Aber gut, man hat keine Skillpoints zum Vergeben. Aber ihr wisst, in welche Richtung ich damit gehen möchte. Das Spiel hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Negativen. Also ich habe ja schon gesagt, Grafik ist nicht so dolle. Sound fand ich auch nicht so dolle. Das mit den Quests muss man eben mögen oder nicht. Ich persönlich bin jemand, der sich gerne die Zeit nimmt, auch einen Questtext mal durchzulesen, wenn es Sinn macht, wenn es gut geschrieben ist. Und da kommen wir zum Punkt. Dieses Spiel wird von Russischen. Erschlagt mich nicht, wenn es keine Russen sind. Das tut mir leid. Aber ich glaube, es sind halt Russen. Auf jeden Fall etwas eher aus dem Ostbereich entwickelt. Zum einen ist es eine sehr starke russische Community. Und wir wissen alle, dass wir Europäer nicht unbedingt mit den Russen am liebsten zusammenspielen. Ihr wisst, was ich meine damit. Es ist nichts gegen die Russen an sich. Also ich kenne unglaublich viele Russen, die nett sind. Aber wenn man zu viele davon hat, dann wird das Spiel eher russisch. Und die halten sich auf russisch. Und man versteht einfach nichts, weil Englisch dort einfach irgendwie nicht gesprochen werden möchte. Und zum anderen sind sehr, sehr viele Übersetzungsfehler mit drin. Also der Support, sie bietet wohl auch einen englischen Support an. Aber wenn ihr auf die Steam-Seite des Spiels alleine geht, werdet ihr mal eine Meldung auf Russisch sehen und darunter eine Meldung auf Englisch. Und im Game, bei den Quest-Texten ist alles auf Englisch, aber schon sehr buggy und sehr fehlerhaft. Und das finde ich schade. Das Spiel ist offiziell, in Anführungsstrichen, in einem Early Access. Aber ihr müsst nichts dafür bezahlen, um dort reinzukommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel, was jetzt seit einem halben Jahr raus ist, natürlich immer weiterentwickelt wird. Es kriegt immer neue Inhalte. Ich habe halt auch in den News gesehen, dort wurde regelmäßig was gemacht. Aber es ist für mich kein Early Access mehr. Nennt es Open Beta, nennt es Trial Version, nennt es, was ihr auch immer es nennen wollt, aber ein Early Access ist das nicht. Es ist ein Spiel, was sehr wahrscheinlich von dem, was es jetzt ist, nicht viel mehr werden wird. Ich denke mal, mehr Content wird dazu kommen, aber die Basics des Games werden bleiben. Das heißt, die Grafik wird sich nicht deutlich verändern. Das Movent wird sich nicht deutlich verändern. Die Quest-Ansätze werden sich nicht deutlich verändern. Und im Großen und Ganzen denke ich, ist das eher ein Spiel für Leute mit schwachen Rechnern oder die halt dieses Setting halt unglaublich gerne spielen. Ich persönlich werde dort wahrscheinlich nicht wieder reingehen. Es hat mich nicht hooken können. Es hat mich zwar, es hat mich schon irgendwie angesprochen, aber am Ende ist der Funke nicht übergesprungen und ich habe es dann doch wieder einfach ausgemacht und deinstalliert. So Leute, das soll es von mir gewesen sein mit S-Zone Online. Und wie am Anfang gesagt, wie könnt ihr mir Games vorschlagen? Zum einen natürlich könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das lese ich immer durch und suche mir da den ein oder anderen Game, den ich noch nicht kenne und den ich mir mal anschauen möchte, raus. Zum anderen findet ihr in der Videobeschreibung noch einen Link zu einem Google-Formular. Dort könnt ihr zu meinen Eintragen, wer ihr seid, was für ein Spiel es ist, wo ich es herkriege und warum ich es mir anschauen könnte. Und wenn ihr einen YouTube-Channel habt, könnt ihr mir auch den Link dort lassen und den werde ich natürlich gerne dann unten in die Videobeschreibung mit reinpacken, damit die auch Leute auch wissen, hey, von dem kam das, er hat es vorgeschlagen. Und das ist, finde ich, eine ganz nette Sache. Das soll es aber ansonsten auch schon gewesen sein von mir. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare und Meinungen zu Eston Online und hoffe auch, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus. Ich bin da mal raus.